Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von PaulWert und wir werden direkt angegriffen. Ja und ich glaube dieser Angriff ging jetzt schneller vorbei als ich dachte. Ui hier ist eine Kiste gespawnt, habe ich einen Schlüssel dafür? Ja Medizin habe ich hier. Das ist doch schön jetzt ist ja nacht ja und ich wollte jetzt sowieso mal gucken das laufenden hier nachts so viel herum ja das will ich ja auf jeden fall nicht möchte ich mich mal schwiggern. Hier schlaft ich habe ich auch schon. Mal gucken ne? Ich habe ich noch nicht Kollege. Kommst du jetzt zu mir und zwar über den richtigen Weg hier oder was? Wie ist da jetzt abgelenkt? Ja. Komm dich kriegen wir doch oder? Ja. 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 Geil. Ich mach jetzt auch noch kalt hier So fangen wir mal Und euch Anhänger hier Kriegen wir auch noch So Wahrscheinlichkeit 8%, 9% Möchte nämlich Menschen zu haben Das hier vorne hab ich auch noch nicht Du hast überlebt Das ist gut Dann kann ich dich fangen Ja Da drin Ja Ja Das ist schön Neue Poids Gucken was unsere Was der neue Poids kann Ist ihnen noch irgendwas interessant Deswegen mittlerweile sind wir ja stark genug Um diese Gebiete zu haben Ne Nehmen wir mal ein paar mit Und ist auch noch ne Seele Die holen wir uns eben Wie Kampfmusik vorbei ist Ist auch mal gut So Da komm ich doch so hin Ohne zu fliegen Ohne zu fliegen Ja Gut Sind hier los So weg mit euch Ihr habt es nicht verdient Poids zu flühren Gut Dann gucken wir mal Was hier jetzt so abgeht So Du hilfst dir erstmal mit Allgemein Das ist doch schön Dann kann ich hier zum Beispiel Spelling Auftrag geben Max 5 Steine ist das Problem Steine wird doch wohl nicht das Problem sein hier oder Ich würde sagen Jetzt nicht mehr Komm mal herstellen hier Du kannst es echt gut herstellen Hier habe ich ein Stück abgerissen Weil ich nämlich gesehen habe Dass das hier mit der Äh Mit den Grundfundamenten nicht passt Deswegen habe ich gesagt Dann ist das hier Vielleicht die Maximalbreite von Haus Hast du gut gemacht Ja Bisschen langsamer damit Okay Wenigstens geht das hier mit den Brutzeln langsamer ran Produktion Kann ich davon Die Mühle ist wichtig Machen wir auch hier vorne hin Dann haben wir nämlich hier so Produktionsstätten Und das läuft dann Die bauen das ja wunderbar schnell zusammen Kann ich ja mal in eine Mühle gucken Was da so abgeht So Mühle Die kann Weiz Also Mehl machen aus Weizen Okay Das ist doch schon mal schön Ähm Weizenfeld haben wir noch nicht oder Also Bärenfelder Gut Weizenfeld Da fehlt nur Holz Und was liegt hier oben Natürlich jede Menge Holz So Dann können wir mal gucken Drei Stück wäre ja nice Ich habe ja gesagt Die wollte ich ja da oben haben Ich habe deutlich größer Dass ich hier ein bisschen mehr Fläche geplant habe So Dach brauche ich mehr Gut dass ich hier ein bisschen mehr Fläche geplant habe Wenn ich ehrlich bin Nicht gerade echt Gut gestimmt Ist ja jetzt noch der Test Kommen die hier hoch Ich habe eine Vermutung Wann das liegt Deswegen vielleicht Und deswegen gar nicht nach oben Kann das sein Und jetzt kommen die hoch Verstehe Wir brauchen halt mehr Platz Dann kommen die hoch Wow Das Bett steht erstmal nur provisorisch hier Nein Ich sehe zurückbauen Hier bitte Deswegen kommen die da nicht hoch Die brauchen mehr Platz Verstehe Das muss man nur erst mal wissen Oder Das ist nice So erstmal den Kram mal abladen Ich weiß auch nicht Weil das alles hier ist Sortieren muss ich das auch alle mal Irgendwann mal Gifdrüse Ja Draußen habe ich ja noch ein Feuer Da kann ich auch Ne oder Das ist ja nicht mehr So jede Menge Beeren drin Ne Aber So verpressend Mein Paul hilft dir doch schon mit Oder Könnt sich ein Päuschen Pool wäre nice Glaube ich Für die Päuschen Suchtfarm Ne Ich möchte ein Pool aufstellen Der wäre auch Diese Statue wäre auch wichtig So wer mir hilft ist super Diese Fähigkeiten erhöhen Krass Voll zu stärken Ich finde Sicher nice Ne Erhöhnen 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 Ja Angriff Erhöhnen Ja Beteiligung Erhöhnen Oh nice Ich schon mal ein bisschen erhöht Ne Nein Was sind das So Weil jetzt kann man wie Was Paul Pauls erhöhen Arbeitstempo Riech mal einmal aus Erhöhnen Der Dream Den hab ich Ist ein Boss Den hab ich da so einfach dabei Ne Schmelzen Freizeit Die haben eine normale Freizeit Nur eher Er ist hier an der Arbeiten Er kann Arbeitstempo mehr kriegen Wenn er hier schon Durchgang arbeitet Moment Hier sehen wir Er müsste jetzt deutlich schneller sein Als normaler Wie schnell der das Durchbrutzelt Ist nicht ohne So Kisten Kisten kann man nie genug haben Das ist doch nicht schlecht Dann sehe ich auch direkt Auf die Pauls drankommen Wenn sie die Kisten machen Geht's nach oben Warum hast du denn so Eigentlich nach oben zu gehen Aber was Weizen Wächst Sehr schön Noch was Klub fertig Immer schön die gerätten Bären essen Meine Freunde Ich hab noch acht Brote dabei Das reicht ja für mich So Was können wir denn hier jetzt Wir haben hier noch Paul Da können wir dann noch ein paar mehr bauen Vier Stück Dann haben wir dann sieben Ist okay Ich helfe mir mal aber ein bisschen mit Ein bisschen Eisen Ich werde jetzt Not hier auch ein Gebiet Dann einfach fallen lassen Würden die wegtragen Wie die dumme aus Kommt da gleich schon einer Zum wegtragen Ich nehme meinetwegen auch gleich mal in den Pool Was braucht ihr denn für einen Pool Äh Ich wollte eigentlich schon lange so einen Pool bauen Ja Heiße Quelle Steine Steine Ich hasse das Dass ich das so sehen werfe Die geht auch oben in den Pool Das ist ja die Terrasse Da geht die dann auch oben in den Pool Hab ich gehört Richtig schön findet ihr das hier Hab ich gehört Daneben kommt dann nochmal so ein Ding Dann entspannt ihr da einen Pool Komm ich helfe mir mit So was fehlt dir noch zur Verbesserung Dann haben wir nämlich in der Base nämlich ein bisschen gearbeitet Ich habe gedacht den hätte ich schon lange Aber das ist ja auch nicht das Problem So Wollen wir doch eben den Kochtoppie fertig Fakt Was ist das? Gulasch 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 Okay Dann kann ich aber trotzdem beide da lassen Arbeiten die wenigstens vernünftig Ruhig zumindest Ihr lasst es hier krachen mit euren Steinen Dann sollt ihr auch mal schön weitermachen So kann ich schon was machen? Ja klar Bitte gib ihn Ich kann auch aufwerten und dann noch mehr Ports einstellen Die Transport Ports brauchen wir auf jeden Fall So wir können hier noch einen einstellen Und zwar einen der für gut und noch zweit ist Was ist mit denen die wir vorhin gefangen haben? Was ist das für einer? Partner fehlt Weiter Okay der ist auf jeden Fall interessant Wo war der andere den ich gefangen habe? Den Menschen ja nicht Er kann ja nur Handwerk Der ne? Kann Sport 3 Ja äh Die Bienen Der ist ja riesig aber Der transportiert halt alles ne? Dann zeig mal Wie du transportierst mein Freund Waffenbruch Dann Ich das mal hier ab Gucken was passiert Wurde etwas gesehen Zäpfel Nee Braucht die Werkstatt Hier Natürlich Oh alle da Perfekt So dann wird das jetzt repariert So da kommt die Barren erstmal rein Kommt das hier überhaupt rein? Ganz schön groß ne? Und langsam Naja Hier ist mal arbeiten Ach der kann auch Bergbau Na dann Das ist schön Dass die hier gut arbeiten So So sein Kopien wir noch ein bisschen Eisen Lass das hier gleich fallen Gucken was passiert Schlafplätze für die Pols Müsse ich hier mehr als genug haben Ja Andere Sache Was braucht eigentlich das Für die nächste Stufe An Lager Ähm Baue Waffenwerkbank Nein Das wollte ich gar nicht Waffenwerkbank Hab ich doch schon in Produktion Oder? Wow Ist ruckzuck gemacht Ich bin direkt in der erste Stufe Warum nicht? Gib ihn So jetzt habe ich Hunger Wer viel arbeitet Hat auch Hunger So Falsch Waffenwerkbank Kann ich genau hier hinsetzen Ne? So Technologien Wenn ich Waffenwerkbank habe Kann ich hier Muskete Ne? So Minderwertige Munition Ähm Habe ich dann irgendwas Riss Metallrüstung Habe ich die? Galeklau-Handschuhe Ins Gleiter zu nutzen Aha Irgendwohin Was ist das? Metallhelm Ein Helm Skete Da brauchen wir verdammt Viel Metallbaren Könnte sein Dass die vielleicht Interessanter ist So noch was Nein Ich glaube ich muss noch mal Ein bisschen Guten gehen So einmal das Das ist auch fertig Ne? Brot wird hier drin Nicht gemacht Ne? Wer Mäh hat Habe ich kein Poi Daran Ah Herstellen Gut Ich möchte gerne Eine Kiste Hier haben Okay Wenn die nicht Gebaut wird Kommen die auch Nicht dran Und das ist Schlecht Das ist auch Gutes Essen Das nehme ich auch Bitte mit Das will ich auch Mitnehmen Liebe Heute nicht So viel Perfekt Gucken wir mal Ob ich überdacht genug bin Um die Nacht Schlafen kann Und liebe Freunde Ich schläge mich jetzt hin Und dann in der nächsten Folge Noch ein Update Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020